Wir haben heute noch die Rollensiegelung, die Rollensiegelung, die Rollensiegelung und die JAPANIS. Und heute geht's an den Rennen mit dem zweiten Japaner, Jiro Takikawa. Er ist 20 Jahre jung, der Japaner hat seinen Rennen. Kupfer! 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 Die Werte für den Spurs von Kaslan, Baruch 1-2-3-6-6. Und Serio von Spürtel. Und Spürtel im 15-2-6-6. Und nächster Starter für Kanada am Spür. Spürtel im 15-1-5. Spürtel im 15-2-6-6. Vielen Dank.